Willkommen zu meinem 11. Vlog und heute bin ich... ... bis gleich! Als erstes stand bei mir Dragon Ball FighterZ auszuprobieren. Man musste dort das Game mit einer zweiten Person ausprobieren, also man durfte nicht alleine. Deshalb wurde mir ein anderer zugeteilt. Das war's für heute. Als nächstes habe ich Justins 2018 ausprobiert. Und zwar auf der Bühne, ich wurde auf die Bühne von Ubisoft drauf geholt, habe auch versucht Merch bei denen abzugreifen, auch bei der Tauschaktion, aber leider Null Chancen. Und zwar auf der Bühne von Ubisoft. 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 Aber beide waren ziemlich gut, aber leider habe ich die Demo nicht komplett geschafft. Die gingen nur 10 Minuten. Die anderen haben es geschafft bis zu der Stelle zu kommen, wo man die zweite Passage machen kann. Aber ich habe nur die eine nicht hinbekommen. Und ja. Bei der Mächtung werde ich es schaffen. Und zwar auf der Bühne von Ubisoft. Und zwar auf der Bühne von Ubisoft. Bis zum nächsten Mal.